Heyho liebe Freunde, in der Videobeschreibung findet ihr die Straw Poll für die Abstimmung sowie nochmal die Regeln. Die Links der Kandidaten findet ihr im Übrigen auch in der Videobeschreibung. Wenn euch also ein Kandidat gefällt, stimmt für ihn ab und wenn er gewinnt, bekommt er von mir eine erstellte Kanalvorstellung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei den Zusammenschnitten. Heyho Leute! Wow, heidi man. Mano, du bist böse. Meine Fresse, hau ab! Danke. Oder? Ja doch, Mirai und Pepperisch ist drin. Gameboy? Keine Ahnung. Kenn ich dich? Äh, what the fish? Hä? Ich will raus. Kann ich in die rein? Nee. Kann ich in die rein? Nö. Doch! Ich hab Tanuki! Ja! Ja! Mein Leben ist wieder gerettet. Guck mal, ich bewege mich auf der Stelle und lagge. Wie gesagt, ich bin verwirrt. Weil Japan ist und bleibt einfach nur... Bleibt es einfach nur awesome. Und irgendwie war das dumm. Ja. Und ich krieg auch nur noch Minuspunkte. Läuft. Dann wären wir hier und war es schon das Ende? Ja, in der Tat, das war das Ende. Hey zusammen, mein Name ist Gerard und ich heiße dich herzlich willkommen zu... Tadah! Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sich in die Tür. Ja, ja. Gehen wir einfach mal rum. Hu! Wie? Alle, ich kann's jetzt! Jacob ist Dau'n? So ne Pulpe... Lichtschalter ein aus Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Wie ging das? Na komm, krieg ich mich doch Na so schwer war das nicht Auch in Jacob gestorben ist aber Jacob Da können wir nichts dafür Hey, I'm genius Yes, you have mad skills, man Ich hab's euch telltale Ja, ich hab ja Ihr Duck getötet Mann Und übrigens für die kleinen Verversen unter euch Ja, man kann in Mass Effect Sex haben Und ja Leute, man kann mit Me Brenda Sex haben Tja Ich würde mal behaupten, der David Metzen ist ein kranker Sack Ja, you're right You know guys, I think it's going to be okay Okay Im Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Ah, oh, ja Äh, hi Hootigideon, da bin Warfel Willkommen hier bei Er ist gedrückt Er ist gedrückt, oh mein Gott, ich halt die Spannung nicht aus Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht hierin Ah Wechseln, wechseln Ey, das war sogar richtig und ich bin gegen die Dorn gelaufen Habe ich den Pinsel jetzt trotzdem oder muss ich den nochmal einsammeln? Das war ja jetzt mehr Zufall Ich hätte hier unten einen Baum entlassen sollen, damit du runterfällst, Gigan, ganz ehrlich So Ja, das habe ich schon versaut jetzt Das war super intelligent Wie man das von einem Wolf erwarten würde Ich komm und hole dich Mueller Schön jetzt einfach weg Stellt mir vor ein wanterfisch WAAAH Ähh, wehaba trickst du nochmal? Ich weiß das gar nicht Ah, hör auf mich mit Pepsi zu mir zu spritzen Und den Fetten habe ich überlebt. Also überlebe ich auch dich. Kleinschwächling mit der Bürste im Rücken. Das ist Larus. Er hat Todeslaser in seinem Körper. Zerstört ein Versteck. Was erwartest du? Dass das hier alles sicher ist? Mit so Bändchen und befestigten Gehwegen. Und Absperrbändchen und Hütchen. Damit man weiß, wo man langlaufen muss. Und Turbo. Ja, geht doch.